In diesem Video möchte ich einmal über Catchtanks sprechen oder Catchcans oder Ölcatchtanks, wie auch immer ihr die bezeichnen wollt. Ich möchte darüber sprechen, wofür man die braucht, was die machen und wie ihr die richtige Auswahl trefft. In einem Motor, insbesondere in einem Turbomotor, insbesondere in einem Turbomotor mit großem Turbolader und mehr Ladedruck, entsteht Druck im Kurbelwellengehäuse. In diesem Kurbelwellengehäuse, Kurbelwellengehäuse, kompliziertes Wort, darf kein Druck entstehen und deswegen gibt es eine Kurbelwellengehäuseentlüftung. Es wird immer komplizierter. KWE abgekürzt. Egal. Jedenfalls dieser Druck muss raus aus dem Gehäuse und dafür gibt es diese Entlüftung und diese Entlüftung ist in den meisten Motoren, hauptsächlich in der Serie, so gelöst, dass sie in die Ansaugung vom Turbolader geht. Vor dem Turbolader entsteht ein Unterdruck und der saugt praktisch diesen Überdruck weg und saugt die Luft, die er dort ansaugt, wieder in den Verbrennungskanal an, also in die Ansaugung des Turboladers. Es wird wieder verbrannt und wird schön, ja, sauber mit verbrannt durch den Cut rausgeschossen. Problem an der Stelle ist, dass dort sich Öldämpfe sammeln und diese Öldämpfe sind zum einen schädlich für den Motor, zum anderen schädlich für die Leistung des Motors. Das heißt, habe ich Öl in einer Ansaugluft, habe ich A eine Flüssigkeit im Motor, was schon mal nicht gut ist, B habe ich Partikel oder Ölrückstände, die sich an den Einlassventilen ansammeln, die dazu führen, dass der Motor nicht richtig abdichtet in seinen einzelnen Zyklen und im allerschlimmsten Fall führen sie zu einer Unwucht an den Ventilen, was dazu führen kann, dass Ventile abreißen. Das alles wollen wir nicht. Wir wollen A keinen Motorschaden fabrizieren und wir wollen auch B saubere Luft haben, weil nur saubere Luft bringt volle Leistung und wir wollen auch saubere Ventile haben, weil auch die bringen uns nur die volle Leistung im Motor. Was macht man natürlich jetzt, um diesen Öldampf abzuhalten? Einfachste Lösung, man zieht den Schlauch ab von der Ansaugung des Turboladers und lässt das einfach ins Freie gehen, setzt vielleicht noch ein Filter auf, machen manche, ist aber nicht die schöne Variante und ist auch nicht erlaubt. Die bessere Variante ist, in dieses System, wo das abgesaugt wird, einen sogenannten Catch Tank einzusetzen. Dabei passiert folgendes, ich erkläre das jetzt mal kurz an dem einfachen Modell. Die Luft wird, also hier entsteht die Verbindung zu dem Ventildeckel, so dass wir die Luft praktisch absaugen durch den Catch Tank und dann wieder zurück in die Ansaugung. In diesem Catch Tank passiert nur folgendes, wenn die Luft dann hier durchgesaugt wird, muss man sich das so vorstellen, dass die Luft wie Wasserdampf dort drin ist, mit entsprechendem Öldampf. Und dieses Öl berührt die Außenwände von dem Tank und setzt sich dann darauf ab. Das heißt, das Öl selber bleibt hier drin hängen, die reine Luft geht weiter und das sammelt sich hier unten und wird dann irgendwann gefüllt und irgendwann muss man das mal ablassen, weil da ist dann ganz viel Öl drin. Man sieht hier schön an diesem Schauglas, wie voll das ist und dann lässt man das irgendwann raus. Damit habe ich zum Schluss eine saubere Ansaugluft, Öl in diesem Behälter, die ich irgendwann zurückgießen muss und entsprechend eine bessere Verbrennung, mehr Leistung und wie gesagt weniger Motorschäden. Und jetzt kommen wir auch schon von dem guten Stück zu den Unterschieden dieser ganzen Catch Tanks. Ich habe jetzt hier mal angefangen, ein sehr einfaches Modell zu nehmen. In dem Fall eine Variante von Mishimoto gibt es auch noch von verschiedenen No Name Hersteller. Sowas haben wir nicht im Programm, deswegen zeige ich halt das gute Ding, ist aber meiner Meinung nach eine sehr einfache Variante, hat das Problem, dass hier drin keine Schwellbleche oder irgendwas drin sind, was ich in den anderen Modellen finde und dadurch die Filterung nicht so super ist. Eine schöne Sache ist dieses Schauglas, muss ich aber persönlich sagen, oder dieser kleine Schlauch, der mir den Füllstand anzeigt da drin, muss ich aber persönlich sagen, finde ich sehr gefährlich, wenn hier mal sich irgendwas lösen sollte, abgehen sollte, schmelzen, was auch immer, habe ich ganz schnell Öl im Motorraum und im schlimmsten Fall ein Motorenbrand. Ist eine einfache Lösung, ob man es machen will, weiß ich nicht, muss man nicht unbedingt. Die bessere Variante, ebenfalls von Mishimoto, sitzt hier in dieser tollen Verpackung, deswegen habe ich die Verpackung da mal gelassen, weil das ist ein Highlight, wie die das verpackt haben. Ist so ein bisschen, wie sagte der Kollege hinter der Kamera vorhin zu mir, eine Parfümpackung und zwar haben die hier drin den Catch-Ting. Der ist natürlich extrem klein. Der ist sehr schön verarbeitet, der hat in, laut Beschreibung, denn man sieht das vielleicht hier noch mal so ein bisschen, da kann man reingucken in das Schnittmodell, ein Lochblech, wo das Lochblech dafür sorgt, dass eben mehr Öl daran bleibt und sich nicht nur über die Außenwände des Tanks sammelt. Und dann hat man hier auch seine Rücklaufschraube. Man hat Einlass und Auslass schön gelöst mit Fittingen für die Schlauchmontage, der übrigens auch für die Schlauchmontage, während alle anderen mit Dash-Anschlüssen kommen. Und ja, das Ding sieht super verarbeitet aus und ist sehr klein und sehr kompakt. Ich würde sagen, schick, aber nicht unbedingt für jeden Anwendungsbereich geeignet, weil vielleicht doch zu klein. So sieht's von innen aus. Das ist praktisch die Füllmenge, die ich habe. Die ist jetzt nicht gerade gigantisch. Hier habe ich das Blech, was den Öldampf dazu führen soll, dass das Öl wieder abtropft. Und hier ist noch mal ein Filter drinnen zum Ein- und Auslass, wo auch noch mal sich Öldampf sammelt, damit reine Luft durchgeht. Ist ein einfaches Prinzip. Ist sehr gut verarbeitet, muss ich sagen. Aber wie gesagt, in meinen Augen zu klein. Die größte Catch Cannon in unserem Sortiment bietet Vibrant Performance an. Hier haben wir ein ordentliches Volumen. Ich glaube, es sind 1,7 Liter oder sowas in die Richtung. Auf jeden Fall ausreichend, um nicht so oft geleert zu werden. Wir haben einen Stab zum Füllstand prüfen. Dann haben wir Dash-Anschlüsse dran. Dash-Anschlüsse sind in meinen Augen deutlich besser zu verarbeiten als die Variante mit Schlauchanschluss und Schelle. Und wir haben hier einen offenen Filter, der noch mal den Überdruck ablässt in die Atmosphäre. Nicht für den Straßenverkehr geeignet. Das dann, wenn, dann nur auf der Rennstrecke verwenden. Dann gibt es die Variante noch mal mit mehreren Anschlüssen, sodass man auch mehrere Einlässe oder zwei Einlässe und zwei Auslässe verwenden kann bei V-Motoren, Biturbo-Geschichten etc. Oder man lässt die einfach verschlossen und benutzt dann nur die verschlossene Variante ohne den offenen Filter. Wer unsere Videos eine Weile verfolgt weiß, dass wir die Videos immer ziemlich neutral machen, aber leider Gottes habe ich dann doch immer irgendwo einen Favoriten bei einer Sache. Und deswegen komme ich jetzt zu meinem Favoritenhersteller Nuke Performance. In diesem Fall, die haben meiner Meinung nach alles so ein bisschen miteinander kombiniert, was man in diesen Catchtanks besser machen kann und was ganz gut funktioniert. Der Hersteller kommt aus Schweden. Der Hersteller baut in Schweden alle seine Sachen. Dementsprechend solide ist die Verarbeitung, sehr schön verarbeitet und wenn man sich hier das mal anguckt. Also ich habe natürlich hier die Halterung gleich mit inbegriffen, wie auch bei dem Vibrant. Ich habe hier oben, warte mal, ich mache das erst mal auf. Unten Rücklaufschraube, alles klar. Und die haben hier, auch wie die anderen, ein Lochblech, nur haben sie noch zusätzlich in diesem Lochblech eine Art Edelstahlwolle, also Späne, wo drin sich dieser ganze Öldampf nochmal besser festsetzt und das Öl entsprechend zurücktropft. Hier ist ein angeschrägtes Blech nochmal für die Einlässe und die Auslässe, damit da die Luftzirkulation entsprechend gut funktioniert. Ich habe eine Ablassschraube, die unten festgeschraubt ist, auch wie bei den anderen. Und ich habe hier zudem einen Ölmessstab, der auch festgeschraubt ist. Bei dem Vibrant-Modell kann sich das Ganze lösen durch Vibration und kann gegebenenfalls aufgehen. Bei dem Mishimoto-Modell habe ich dieses Schauglas, was jetzt nicht so schön ist. Und hier habe ich einen festgeschraubten Peilstab, den ich dann natürlich rausschrauben kann. Was mir nicht so ganz gut gefällt, ist, dass das Ding schwarz ist, weil Öl ist meistens dreckig. Man sieht zwar trotzdem glänzend, aber naja, hätte man auch eine andere Farbe benutzen können. Und zu guter Letzt habe ich auf diesem Modell Anschlüsse, die zum einen verschlossen werden können. Da kommt ein Anschluss-Set mit dazu, das heißt eine Verschlussschraube oder auch drei Anschlüsse oder auch eine offene Variante. Das heißt, ich kann mit einem Catch-Tank sowohl die Variante fahren wie bei Vibrant geöffnet. Ich kann die Variante fahren zwei Einlässe, ein Auslass für zwei Ventildeckel. Ich kann aber auch sagen, ich mache einen zu und habe nur einen Einlass und einen Auslass. Das heißt, sie sind hier sehr, sehr flexibel in der Variation oder in den Möglichkeiten, die man damit hat. Und wer das Ganze so in gebürstet schwarz Aluminium nicht so schön findet, sondern der Fan von Carbon ist, ist in der Tat auch ein bisschen leichter. Der kann nochmal wunderbar eine Carbon-Version bekommen. Vom Prinzip her aber die gleiche Funktionsweise. Von dem Modell gibt es drei verschiedene Größen, 0,5 Liter, 0,75 Liter und 1 Liter. Carbon gibt es nur in dieser Größe. Also, wer auf Schick-Carbon steht, muss sich auf die Größe festlegen. Alle anderen haben die Qual der Wahl. Ja, ich denke, das war es soweit. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Ihr wisst, wozu es braucht. Sinn macht es auf jeden Fall. Teuer ist es nicht. Es schützt, es hilft und alle funktionieren. Und welchen ihr wollt oder welchen ihr persönlich am besten findet, dürft ihr natürlich selber entscheiden. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch auch die anderen Videos von uns anguckt und unseren Kanal abonniert und auch die Glocke anklickt. Und freue mich dann aufs nächste Video. Ciao.